Hallo und herzlich willkommen bei Beanie Books. Ich habe diese tollen Osterhäschen heute gebastelt und zwar habe ich für euch eine Vorlage erstellt, die ihr in der Infobox runterladen könnt. Ich habe die Vorlagen in zwei Größen erstellt. Das ist jetzt DIN A4. Ich habe die etwas kleinere Vorlage genommen und zwar verwendet habe ich dazu den selbstklebenden Stoff vom Action. Dieses Klebeband, das ist auch ein Stoffklebeband vom Action. Benötigt habe ich noch ein paar Wackelaugen. Die habe ich aus dem Teddy und diese Buchstaben, die gab es auch mal im Action irgendwann im Angebot. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Auf jeden Fall habe ich diese verwendet für den Schriftzug. Ja und wenn ihr sehen wollt, wie ich das gemacht habe, dann schaut euch einfach das Video an. Viel Spaß dabei! Auf Wiedersehen! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018